Willkommen hier bei ProfiSchnack.de in Empfingen in unserem Showroom. Ich zeige Ihnen heute ein wunderschönes Sofa namens Abel von meinem Freund Tommy M. Tommy Machalke in einem ganz tollen Naturleder namens Bourbon Afrika. Ein dreieinhalb Sitzer mit 2,20 Meter Breite. Nun, Sie sitzen überraschend gut, nicht zu fest, nicht zu weich. Und das Leder ist der Hammer. Das ist echter Hammer, ein wunderschöner Griff, eine tolle Struktur, richtig naturpur. Der Hund und die Decke gehören nicht dazu. Sie haben hier lose Rückenkissen. Damit kann sich jeder richten, wie er will. Auch die Sitzkissen kann ich mit Kletterflug losmachen und zum Saubermachen kann ich drunter saugen. Ja, ich kann natürlich lang liegen, aber ich kann mich vor allen Dingen wohlfühlen. Kubisch, klar, großzügig, leicht in der Wirkung, unvergänglich in der Optik. Ein Pilotenleder, wie eine Lederjacke, die man seit 20 Jahren hat. Und ein Hersteller, für den ich Ihnen die Qualität garantiere. Dieses Stück wurde fotografiert. Ist ein Einzelstück. Wir haben nochmal ein kleineres Sofa in einem helleren Leder separat angeboten. Und kostet jetzt nur 1290 Euro plus Versand. Wow, ein Schnäppchen. Mein Tipp, wenn Sie auf klassisch-kubische Formen stehen und auf richtige Naturleder, dann ist das Ihre Garnitur. Für jeden Cowboy von uns und für jedes Cowgirl ist Abel das Richtige. So, jetzt bleibt mir nur noch Ihnen zu empfehlen, schnappen Sie zu. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhard. Dankeschön.